Eine ganz grosse Stärke sind die Raster, mit denen Affinity Designer arbeiten kann. Für das mache ich ein neues Dokument, ich mache extra ein Webdokument, sage OK und jetzt kann ich hier hingehen und kann sagen Ansicht, ich möchte mal einen Raster einblenden. Jetzt habe ich einfach einen Standardraster, der ist da und den kann ich natürlich meinen Bedürfnissen anpassen. Ebenfalls Ansicht und dann habe ich Raster und Achsen konfigurieren. Ich mache den mal in die Mitte, ich mache das mal ein bisschen grösser. Jetzt automatisch ist immer das, was drin ist, jetzt kann ich das rausnehmen und jetzt könnte ich sagen, ja genau, 64 Pixel, das ist doch eine Grösse, die ich kenne. Viele Logos werden auf 64 Pixel gemacht. Und jetzt können wir hier zum Beispiel einstellen, ja ich möchte da eine Unterteilung auf 32 oder einfach ist es so, auch hier 32 und ich sage da mal Close. Und wenn ich da jetzt hineingehe und klicke, dann sehen Sie, dann wird jedes 64 Pixel Feld wird jetzt in 32 Einheiten unterteilt. Jetzt ist das schon gut, aber wir können noch viel, viel weiter gehen. Ich mache mal wieder das ein bisschen kleiner, Ansicht, Raster und Achsen konfigurieren. Ich kann hier sagen, erweitert. Jetzt mache ich das mal ein bisschen grösser. Was jetzt da wichtig ist, ist das da, das Gatter, also der Abstand. Den könnte ich jetzt mal auf die Hälfte nehmen, so 24. Und hier gleichefalls 24. Und Sie sehen schon, jetzt habe ich da einzelne Icons. Und jetzt kann ich das wirklich schön machen. So werden eigentlich Icons gemacht. Ich habe jetzt 64 Pixel Grösse und unterteilt ist das immer mit 32 Einheiten. Das ist wirklich cool gelöst. Und jetzt schauen Sie mal und staunen Sie. Wenn Sie hier hingehen, kann ich noch sagen, ich möchte das Ganze isometrisch. Dann wird das so abgelegt. Das sieht man sehr viel bei Spielen oder so. Oder ich kann sagen, 2 zu 1. Dann sieht es so aus. Die Metrik, ich weiss nicht mal, das hätte nicht gewusst. Das heisst, aber ich kann es mir anschauen. Ob ich links oder rechts. Und diese Sachen sind natürlich schon spannend. Wenn Sie das zuerst basteln müssen, haben Sie da wirklich eine Zeit. Und das ist wirklich eine grosse Stärke. Und jetzt können Sie alle Ihre Logos so aufbauen. Und das funktioniert natürlich, dass man das machen kann. Okay. Raster finden Sie. Und Raster und Achsen konfigurieren. Und da können Sie fast alles, was Ihr Herz beglückt, einstellen. Austesten. Ganz coole Sache. Gratulation an das Design Team.